So, ja, äh, äh, warte mal. Hä? Hä, jetzt kann ich irgendwie... Ich bin nicht in der falschen... so. So, drauf. Ja, so. Okay. Okay? Mein Glückwunsch, du besitzt... ...Stuff. So. Dann krieg ich da noch das hier unten dann. Nee, das ist das Gratiszeug. Unten ist das Gratiszeug. Alles, was du oben stehen hast, ist das, was du jetzt bekommen hast. Ah, okay. Wunderbar. Und noch kriegst. Zurück. Ja, jetzt muss ich aber hier über Ding rein, oder? Ja, jetzt kann ich auch das hier machen. Zack. Ja, jetzt kannst du auch die Missionen abholen. Ja. 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 Mein nächster Erfahrungsaufstieg. So, und jetzt kann ich auch noch die Missionen abholen. Krieg auch noch einige. Ja, kannst du jetzt alles abholen. Und krieg Reifen. Kannst du übrigens das... Wenn du gleich bei OK drückst, kannst du dir das Aufpumpen der Leiste überspringen. Weil ich finde das gut. Dann muss man angucken. Okay. Dimitierter Aufkleber. Gut. Ja, dann... Machen wir jetzt noch was? Ja, Mist. Jetzt muss ich ja gucken. Jetzt habe ich eine ganz andere Herausforderung. Da bin ich da. Jetzt sind immer noch die gleichen. Irgendwo ist mal die Schüsse. Gewinner. Ansonsten. Zwei Online-Spieler, ich bin zwangslot. Okay, wir müssen zwei erst mal in zwangslot gewinnen. Also noch eins. Eins, das zu Ende gespielt wird. Ah. Hatschi Aleph Oma. Geh. Geh. Ein Einkaufen war auch heute nur eine CO2-Flasche für meinen Sodastream kaufen. Ja, ich habe mal überlegt, ob ich mir auch so ein Ding anschaue. Aber dann habe ich mal gegengerechnet. Und habe gemerkt, ich zahle enorm drauf im Vergleich zu jetzt. Wieso? Naja, weil ich würde pro... Also wenn man jetzt nach den Handelssachen, was da draufsteht, geht, würde ich pro Liter 8 Cent sparen. Aber, hier kommt das ganz große Aber, mit diesen CO2-Flaschen dann würde ich alle zwei Monate dann mir so ein Kanister für 30 Euro kaufen müssen. Nein, die kosten einmal... Der erste kostet 30. Danach kosten die nur noch 6 Euro zum Auffüllen. Wie? Du gibst den alten... Also du kaufst dir einmal einen Kanister für 30. Danach tauscht du den leeren gegen den vollen aus. Und dann kostet nur die Auffüllung 6 Euro. Ah, okay, dann muss ich da nochmal gegenrechnen. Weil du bezahlst dann wirklich nur noch 6 Euro für eine neue CO2-Flasche. Nicht mehr irgendwie 30 Euro. Nur die erste kostet so viel. Okay, und wo lässt man die auch hin? In jedem... Also ich zum Beispiel im Rewe kannst du das machen, im Aldi kannst du das machen, im Lidl kannst du das machen. Die haben alle ihre Flaschen. Und wenn du die günstigen von Ja nimmst, kostet es sogar weniger. Also du musst ja nicht die von Zodastream nehmen. Die haben ja alle Einheitsgröße. Okay. Und dann kosten die sogar... Also die von Lidl zum Beispiel kosten nur noch 4 Euro. Dann die Flaschenfüllung. Müsste ich sowieso machen, weil ich habe keine Rewe in der Nähe. Ich muss dann extra in die Innenstadt fahren. Nee, der Edeka hat das auch. Also es gibt halt verschiedene... Edeka geht. Edeka habe ich wenig groß. Deswegen wollte ich demnächst mal hinüber. Also die haben die halt in unterschiedlichen... Also von unterschiedlichen Marken. Du kannst halt nur, wenn du sie halt neu holst und hast keine zum Tauschen, dann kostet es halt am Anfang einmal 30 Euro. Okay. Ey, was ist denn los gerade? Wieder daneben. Ich treffe mich gerade. Das ist, weil die anderen so eine coole Farbe haben. Da will ich denen nicht schaden. Ah ja. Und deswegen schießt du schon wieder daneben. Dann mache ich das jetzt. Oh nein! Vielleicht sollten wir uns auch mal eine Clubfarbe zulegen. Ja, das liegt aber an dir. Ja, aber bisher habe ich bloß gehört, wir wollen keine Clubfarbe. Wurde von hinten getroffen. Ist kein Problem, ich wurde auch nochmal von hinten getroffen. Ja, dann muss ich mir das nochmal überlegen. Dann muss ich nochmal gegenrechnen. Also glaub mir, es rentiert sich. Ich habe es auch am Anfang nicht gedacht und es rentiert sich volle Kano. Und das Schöne ist, du kannst... Die Sirups gibt es ja auch noch im Angebot zum Teil. Also die musst du ja nicht für 5 Euro kaufen und dann kannst du auch noch günstiger kaufen. Bei uns im Lidl bieten wir die an für 2,69. Ja, aber die sind dann nicht von Sodassweben. Die sind dann irgendwelche anderen Marzen. Ist das ein Spieb? Ja, kommt halt immer darauf an, wie sie schmecken. Nicht jeder Sirup schmeckt gleich gut. Also gebe ich ganz drauf ein. Ja, müsste man halt testen. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz viele aus Holland geholt. Weil die in Holland schmecken super lecker. Und die haben da richtige, richtige, richtige große Reihen mit verschiedenen Sirupsorten. Ja, mit 5 Euro wäre aber wieder das Problem. Dann mache ich nicht mehr diese 8 Cent pro Liter. Ach so, weil du Freeway oder nimmst? So, nimmst du oder was? Jo. Ja, okay, dann natürlich nimmst du. Weiß ich eigentlich wenigstens. Ja, aber wenn dir Freeway vom Geschmack schon reicht, dann kannst du auch die günstigen Sirups nehmen. Jo. Muss man halt gucken. Vielleicht nehme ich mir dann ein paar edle für Besuch. Also ich kann dir jetzt sagen, was ich zum Beispiel liebe, ist halt die Kräuterlimo. Die schmeckt halt 1 zu 1 wie Almduder. Ja gut, Almduder ist ehrlich gesagt nicht so meister. Ja, ich war in Ordnung. Mein ja nur. Da ist die Flanke, wo bist du? Ah, er war schneller als ich. Nein, das ist irgendwo so sparen. Ich bin ja armer Student, ich muss ja sparen. Ich muss halt gestehen, bei mir hat es halt auch groß gemacht. Ich bin schon getötet worden. Bei mir hat es halt auch ganz viel damit zu tun, dass ich halt die Schlepperei nicht mehr habe. Das war für mich. Oh, ich bin schon wieder getötet worden. Ja, bei mir ist halt das Schleppen, es geht. Es ist nervig. Runz, halt dich auf. Halt dich. Es geht, weil ich habe ja nur meine... Oh Gott. Den heute lieb ich mir auf. Deutsch gut. Ich habe ja nur meine, meine, weiß ich nicht, 10 Meter da bis zum Supermarkt. Ja. Aber ja, es stimmt schon. Es ist deutlich einfacher. Verkalken die Dinger schnell? Nö. Weil wir haben irgendwie sehr, sehr kalkhaltiges Wasser. Wolf, mach einen rein. Sehr gut. Ich rette. Ich habe mir das überlegt, auch wenn wir keine Teamfarben haben. Sierra Luna, willkommen zurück. Grüß dich. Einen schönen Feierabend. Ich hoffe, du hast Feierabend jetzt. Ich muss hoffentlich unbedingt meine Augenbrauen mal schnitzen hier. Ich darf mich langsam, weil die so lang sind. Augenbrauen? Ja, ich habe unheimlich lange Augenbrauen. Ja, ich bin auch etwas pushy, aber ich mag da nichts dran. Ich mag das nicht. Solange ich noch keine Monobrauer habe, ist alles gut. So was habe ich auch. Ja, ich noch zum Glück noch nicht. Aber ich könnte mal wieder da die Mitte ein bisschen rasieren. Und wir haben sogar noch 8 Sekunden. Wir haben gewonnen. Ah, noch 8 Sekunden. Das heißt, wir haben plus 8 Sekunden. Das war's für eine Nachspielzeit. Ah, perfekt. Das heißt, wir haben jetzt das Spiel gewonnen. Wöchentliche Herausforderungen. Ich habe es abgeschlossen. Wie sieht es bei dir aus? Weiß ich noch nicht. Muss ich ins Hauptmenü. Nee, du kannst in der Ergebnisliste recht im RB drücken. Bis spät. Zu late. Topolichers? Ja, das war's. Beide? Nee, ich muss noch die Banklosen online. Also 25 Torschüsse. Ich habe ja erst 9. Ich habe ja gerade eben erst den Pass geholt. Ja gut, aber die Missionen levelt ja trotzdem schon. Ah, stimmt. Ja, aber ich habe trotzdem nur 9. Also da müssen wir noch ein bisschen zwanglos spielen. Na gut. Wir zwanglos. Kiro, hast du das Spiel? Ich glaube, das haben wir Kiro schon mal gefragt. Und er hat Nein gesagt. Ich glaube auch. Ah, was ist denn hier mit den Augenbrauen? Die nerven mich gerade. Nee, nee, sagt er. Nee, nee. Schade, Kiro. Blanke kommt. Warte. Okay, Blanke kam nicht. Versuchen wir's damit. Nein, die waren schneller als ich. Okay, nochmal, nochmal. Spiel den selben Song nochmal. Oh. Boah. Ich habe ihn mal ein bisschen vorsichtig weggeschoben. Alles gut. Wunderbar. Nehme ich. Wir müssen ja deine Schüsse machen. Richtig. Deswegen darf ich gar keine Vorlagen machen. Die musst du alle du machen. Ja, aber wenn es vors Tor geht, dann ist ja okay. Du musst ja bloß in Richtung des Tors schießen. Du musst ja keine Tore speziell machen. Okay, auch wieder wahr. Aber Tore zählen auch als Torschüsse, richtig? Natürlich. Wäre ja Blödsinn, wenn die nicht zählen würden. Ist ja sogar die erfolgreichste Form meines Torschusses. Oh. Was da hinten passiert. Da bin ich einmal nicht da. Ja. Da fährt er oben an der Decke rum. Frage ist nicht. Da fährt er da oben an der Decke rum, der Kollege. Das kann er nur. Ui. Der kommt doch unerschön. Nein. Den habe ich nicht mal rausbekommen. Schade. Ich habe ihn gut reingedribbelt. Oh, der hat mich weggetackelt. Ich habe ihn so aggressiv in den Männer. Aua. Sag's gut, der mich hier hemmet. Oh oh. Ja, den hast du ihm zu gut vorgelegt. Ich mache halt guter Pass. Ja, guter Pass. Also super Pass. Besser konntest du ihm den gar nicht legen. Aua. Nein. Ich habe kein Turbo. Kein Problem. Den ersten habe ich ausgespielt, aber den zweiten nicht. Oh oh. Der hat Turbo. Ich nicht. Aber er trifft nicht. Aua. 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 Ach, ach. Äh, nicht nur wieder so vor's Tor. Er wäre nicht vor's Tor, wenn du ihn getroffen hattest. Oh oh. Da läuft es aber gerade echt schlecht bei uns, das gibt es doch nicht. Schlechtes Spiel, schlechter Spiel Bum Bumsang. Ja. Mach ich damit du aufs Tor schießen kannst. Naja. Damit wir noch ein paar Runden machen. Das gibt es doch nicht. Der Mano Maniek ist auch gerade echt gut. Oder wir extrem schlecht gerade. Oh ja. Oh ja. Oh nein. Jetzt machst du ihn? Nein, hab ich nicht. Bin es nicht schnell genug. Verdammt. Hab ich. Oh nein, hab ich nicht. Oh fuck, jetzt hab ich ihn vorgelegt diesmal. Es ist ja nicht mehr. 10 Meter. Sehr gut. Hau ab, was machst du denn? Hau ab. Hau ab. Hau ab. Nein, Wolf. Hau. Hau ab. Hau ab. Ja ab und zu muss ich halt auch mal zurück. Der geht schon wieder ins Tor, der dreht ja nicht zum Glück. Alles gut. Alles gut. Au! Zwinge dich jetzt zu Torschüssen. Zwinge dich zu deinem Glück. Da sind wir! Danke! Da kam ich nicht so schnell dran wie er her. Dieser Wolf! Irgendwie habe ich es gerade. Du hast es gerade mit mir, ja? Du tacklst mich die ganze Zeit um! Nein, der kann nicht. Der Klick auf den Ball leider überhaupt gar nicht. Okay, du machst es. Nein! Wurde von hinten angestummt. Ich war es nicht. Ausnahmsweise mal. Ich komm, versuche es nochmal. Ja, der kommt gut. Der kommt gut. So. Haben wir gelassen. Danke. Ich muss mich nicht mehr erst drehen. Ich habe den Nitro schon zucken sehen. Nur für den Fall. Gut. Tag. Ich glaube, mehr hätte ich eingreifen wollen, hätte ich ihn gehabt. Nein! Alter, der ist aber auch echt gut, der Makomeniak. Mach den nächsten schon wieder. Der Übel. Der trifft aus allen Lagen, der Kerl. Das war nichts. Aber zum Glück brauchen wir ja keinen Sieg mehr. Wir brauchen ja nur Tore. Aber das waren nur zwei leider. Ja, guck mal nach. Drück mal RB. Ja. Waren nur zwei. Leute, wir müssen nochmal. Weitermachen. Weitermachen, weiter, weiter. Gehen sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ne, nochmal gegen die. Ach nöh. In zwanglos ja. Wenn alle bereit machen, einfach nur, dann geht es mit denen weiter. Oh, okay. Das habe ich nicht gewusst. Ich bin da. Bin nicht da. Ich habe keine Parade für mich. Nein. Oh, der geht gut. Der geht gut. Der geht gut. Nein, ich gerne es. Fuck. Der geht auch gut. Der hat mich falsch von hinten angestummt. Au. Was ist denn da? Ich bin hier Hochball oder was? Jeder von uns versucht, vor dem anderen am Ball zu sein. Ich bin da. Außer ich treffe ihn nicht. Der ist Hutz. Oh Gott. Nein, Hutz. Hutz. Aber erst hast du ihn angestürzt. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, die du da hattest. War sie wohl nicht. Ja. 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 Oh. Ja. Anschluss, Tor. So muss das. Ups. Denn sein Auto ist höher als meins. Das fliegt immer über meine Nase. Oh. Habe ich. Ich war doch nicht aus dem Weg. Egal. Nicht so tragisch. Danke, komm. Ich liege noch im Tor. Okay, ist kein Problem. Aber okay. Alles gut. Guck mal. Ich habe den doch mundgerecht hingelegt. Guck. Ja, aber wirklich. Ja, mundgerecht. Da kann es sogar Tote können den reinmachen. Ja. Ich glaube, der wäre auch reingegangen, hätte ich ihn nicht berührt. Ich glaube auch. So. Der ist drin. Es war Parade und Tor in einem. Eine Torade. Ich glaube, das ist ein Fisch. Der ist eine Torade. Kommt aufs Gleiche raus. Oh. Oh, fuck. Ah. Du hast auch dein Recht. Ah. Und dann nimmt er ihn so an. Ich möchte tauschen. Ich möchte tauschen. Wir wollen es doch spannend halten, oder? Nein, ich will auch mal wieder gewinnen. Oh, na gut. Der Wolf, er macht mich fertig. Ja. Ab und zu muss man halt auch mal für Gegner spielen. Ja, ja. Und die haben keine Teamfarbe. Die coole. Ja. Wir auch nicht. Aber die Frage wäre, auf welche Teamfarbe würden wir haben? Nein! Wieso zwängelst du dich da davor? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte den doch so schön. Welche, wenn wir eine Teamfarbe hätten, welche hätten wir? Was ist da, gibt es eine Farbe für Verrat? Ich glaube, ja. Dann würde ich die gerne nehmen. Bin mir aber nicht sicher, welche es ist. Die Verräterfarbe. Kann das mal einer aus dem Chat recherchieren? Oder welche Farbe meint ihr, wäre gut als Teamfarbe? Weil derzeit darf ja jeder mit seinem Auto die Farbe haben, die er gerne hätte. Aber da haben wir halt keine einheitliche Teamfarbe. Ja, aber ich finde das immer noch gut. Also ich mag meinen grünen-rosa. Na gut. Oh ja. Okay. Mach ich ihn halt rein. Ist in Ordnung. Brauchst du ja eh noch, glaubst du. Das ist richtig. Solldünn. Solldünn? Was war denn das jetzt? Ich habe mich an der Nase gekratzt. Okay. Klang so, als ob dein Mikro gerade abgesoffen wäre. Ja, ich habe versucht, ich habe den Ball auch berührt. So, daneben. So, immer noch daneben. Nein. Da habe ich die falsche Richtung. Ja, natürlich wird man manchmal schwer, ob ich nach vorne oder nach hinten rotieren muss. Ja, das stimmt. Du. Du sagst doch, spannend machen. Sehr gut, Wolf. Sehr gut, Wolf. Der sah fast gut aus. Komm, oder du machst ihn. Sehr gut. Sehr gut. So muss das. Ich oder du? Okay. Keine Antwort, fahre ich. Ja, fahr du mal ab. Und ich sorge dafür. Habe ich. Hast du es gesehen? Nein, habe ich nur noch eine Vorlage für mich. Okay, ich wusste nicht, dass du da von hinten anstehst. Ich habe doch gesagt, habe ich. Ich habe es nicht gehört. Was? Kam nicht an. Ich habe geschrien. Habe ich. Kam nicht an. Ach. Willst du es nur nicht. Den hast du. Da wollte ich mir nur meine Tore nicht gönnen. Das sowieso. Er will, dass wir noch ein paar Mal die Mission hier spielen müssen, auch zwanglos. Ja, dann haben wir noch nicht so starken Gegner. Von denen fürchte ich mir das. Oh, oh. Er ist drin. Nein, noch nicht. Nicht. Oh. Okay. Oder doch. Soll er sagen, nicht mit mir. Aber doch. Leider schon. Das sah gerade aus, als ob du den Typen statt dem Ball hättest. Ich hätte gar keinen. Oh nein. Jetzt wird es nochmal eng, Leute. So wollte ich das nicht. Spannung. Keine Spannung. Okay, okay. Hast du es gesehen? Ah, bin ich aber nicht da. Bin geflogen. Gut. Nicht gefliegt. Auch. Nicht gestorben. Nicht gestorben. Sehr gut. Da hat der Wolf den MVP ja noch. Ich bin nur ein ganz leichter Verräter. Ein ganz leichter. Na ja. Ein ganz leichter. Nur eines der Tore wurde mir als Eigentor angefangen. So. Wie viel brauche ich noch? Noch elf. Also weiter geht's. Also alles weiter gegen die. Wenn die alle immer bereit machen, spielen wir halt weiter gegen die. Ist ja kein Thema. Ja, wir haben ja gewonnen. Okay, dann.